Mit ihrer biesigen Scheiße hier. Oh, was habe ich hier? Ey, die haben die Billardplatten zerhackt oder weggeräumt. Eins von beiden. Zerhackt oder weggeräumt. Geil. Ach hier, Muskelkater. Ja. Den habe ich auch noch. Aber der steht immer hier. Geil. Was kann er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Oh, hat da einer auf dem Telt gekriegt. Was ist denn das für ein Kasperkopf? Wie er mal rausgeguckt hat. Graf Koks. Wollte schön aus dem Wasser rausschießen. Dem auch gefällt mir schon. Okay. Oh, hier. Ja, ja. Übel. So, Penishahn. Würste. Würmer. Bäh. Wie kann ich denn überhaupt da trafieren? Oh. Alter, ich fliege. Was war denn jetzt? Du warst auch immer weg. Ich habe ja Flügel. Hier oben bist du, ja? Poseidon. Geil. Das ist doch nicht Poseidon. Das ist ein Pferdevieh hier. Ach so. Na klar. Wo denn? Wie heißt denn der Pegasus, mein ich. Pegasus? Ja, mit P fing es an. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Wo ist es? Du hast die auf dem Wand, die Flügel. Ach so, du meinst mich? Ja. Ich gucke hier rum und suche eine Statue oder sowas. Nee, du bist Pegasus. Ja, ich. Da ist so ein Bungeralbum. Die Dinger sind das. Ah, geil. Wo gibt es noch nicht Bosse? Ich habe noch mal den Boss gesehen. Nee, ich auch nicht. Hm. Gibt es bestimmt nicht mehr. Oder vielleicht in den komischen Tempeln, dass die irgendwelche Götter drin sind, oder was? Aber wir können ja mal hingucken da, zu den Tempeln dann. Wenn wir hier uns Waffen geholt haben. Hm. Äh, sind wir größer geworden? Sehe ich weniger von der Map? Also, ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin größer geworden und sehe weniger. Ich bin größer geworden. Naja, irgendwie. Kommt mir das so vor? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe irgendwie zu wenig. Das war doch sonst nicht so, oder? Alles so nah und so groß vor dir. Vielleicht hier den Point of View, oder wie das heißt. Ja, Field of View. Oder nee. Field of View, irgend sowas, ja. Habe ich mir nicht verstanden. Alles so gelassen. Nein. Oh, Flieger. Heiße. Scheiße. Wie das? Oh, die Fatser. Nein, Mann. Dieses dumme Schwein. Ich habe deine Karte. Ich mache mich aus dem Stau. Wo kann ich Blei wiederbeleben? Siehst du irgendwo was? Hinter der Brücke. Geradeaus. Und hinter der Brücke. Ah ja. Da kommst du wahrscheinlich. Hä? Da liegt ein Boss dort. Hä? Da liegt doch die Plakette dort. Da liegt doch die Plakette dort. Oh, drüber spinn ich. Bei Polos Battlecon. Ja, da unten sehe ich irgendwas liegen, ja. Ja. Wo du bist du, wer das ist hier. Keine Ahnung. Nee, wir sind ja bei den Griechen. Ach, wir sind ja. Wer ist denn das? Irgendein Heini. Ja, irgendein Heini. Ja, irgendein Heini. Was schmeißt denn er hier schon? Hallo. Was ist das? Wie kommen die Schone? Ich krieg dir nicht mehr vor euch. Wann kennt euch denn der Pendel, Mann? Da kommt doch einer dahinten. Hier unten kommt einer. Komm. Nein. Ich rette mich. Nein. Was muss man hier machen? Die sind geheim. Was muss man hier machen? Hä? Was ist denn das? Hä? Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist ein schönes Hazy Hill sein. Alles weg. Hm. Warum ausgerechnet das? Ich weiß es nicht. Hier unten steht eine kleine Figur. Eine goldene Kiste Jägerin. Oh, eine ewige. Mh. 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 Die hat so ein kleines Scope. Zeus herausfordern. Alter. Ich habe Zeus aktiviert. Oh. Wo ist er hin? Leih. Da ist er. Ich brauche Hilfe. Warte, ich komme. Ja. Da macht Kleinholz aus mir. Erst auf alle Fälle. Jetzt hier auf Bocken. Scheiße. Nein. Renn doch. 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 Lauf um dein Leben. Warum hebt er mich nicht auf? Der Idiot. Mach. Oh. Was war das? Das ist. Ja, Blei. Du schaffst das. Ey, das sind 200 Zonen verreckt. Die goldenen. Ja, ich weiß. Geil. Du schaffst das. Hinter uns. Nur noch zwei. Und du. Ja, nur noch. Ja, du kriegst du hin. Da oben sind wir. Na, was? Epische Sniper. Papa. 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 Scheiße. 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 Das schaffen wir nicht. Sie müssen. Da, da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Aber. Am Bahnhof. Da hinten, wo ich markiert habe. Mhm. Da müssen wir schnell hin. Das könnte noch was werden. Boah, sind wir noch vier, dann. Fahr hin! Wie man das aufbleibt. Ja, wenn ich das wüsste. Ja. Ist das mit irgendwo ein Hebel oder so? Hä? Hä? Ich hab keine Ahnung. Hier ist aber nicht. Hier ist aber auch nicht irgendwo eine. Besonders eine Rundzone. Oder eine Karte reinstecken ganz oben. Oh, erst mal ist Blitzer. Ich hab Blitzer geschmissen. Ach du? Was haben wir jetzt? Das Ding ist unteren Statt, oder? Eigentlich. Müsstens. Ungefähr, ne? Was? Müsstens. Warten unsere Stadt immer. Na hier hinten? Ach, dahinter war das ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Hier war das drunter, genau. Hm. Da war das hier vorne irgendwo. Da hinten war das John-Vaprik. Hm. Im Nähe. So. Wen hast du schon dabei diesmal? Haha. Geil. Übel. Haha. Haha. Hier unten. Haha. 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 Ist doch ne. Na gucke, wir haben keine Zeit. Alter, wie schnell ist denn die Scheißzone? Hm. Komm, 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 komm. Boah. Nein, komm, mach doch. Weil. Du fliegst ja. Ja. Du kannst ja in die Zone fliegen. Ja. Warte auf Neustart. Hä? Wieso stirbt denn der nicht? Ich war da voll auf den Kopf. Keine Ahnung. Dieses dumme Huhn hier. Achso. Hä? Was ist das für ein Scheiß Huhn alter? Lass mal sehen den Idioten. Boah hässlich. Oh Mann, ich will das Huhn sehen. Kriege ich ihm was hin jetzt. Was eliminiert die Lakaien? Jetzt kommen hier seine Kumpels. Boah. Nein. Die ist langsam und die Waffe hier. Was jetzt? Was ist denn jetzt? Für meine Belohnung, du Asper. Erlebt's nochmal. Wie ist das für jemand? Was macht er denn? Schnell. Hä? 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 Ha ha ha. Ha ha ha. Wir kaputt. Aber die Tür kannst du nicht angreifen. was geht nicht was ich habe mich wiederbelebt auf neustart steht ja keine ahnung ich habe auch deine karte nicht mehr das hat eigentlich geklappt das verstehe ich nicht man schweiß ich will nicht den sehen das ist richtig hässlich unsere huhn rucksack nächster spieler ist hier ist der stache ja aber ich komme nicht hin zu geben aber ich brauche die schildkranken ich brauche munition hat mich ja alles gekostet aber die komische die kleine die war übelst erhebel naja los und habe getroffen rot das rumgefallen ja es war rot aber mensch wieso greife ich denn hier nicht ja ich sehe es schmeckt muss schmecken na klar aber wieso greife ich denn in drei verfickten teufels namen hier nicht ich sehe immer bloß den anderen die roten aber ich muss so in uns halten ja dann komme ich ich weiß nicht was das ist die aufschlösser und ist immer bei der wohns dort erläutend auch um genau vor zu hören da ist ja ja ich kenne oder geist schatten spiegelbild polixen im tempel wird geschossen etwas machen mit ihm also was machen mit ihm aber übelst super schnell erst den senior wieder weg war wie so ihr öfter blitz muskelkater ist der pampel mann echt hat er uns die karte geschlagen kommen hier welche oder warum schmeißt er das das ist ja irgendwo hinter welches ein unten da wo die hingefahren waren warum schmeißen er hier das zeug hin da jagt uns auch die karte in die luft jetzt krim gate das ist grau ausgegraut also so komisch und da ist es grünes zeug da müssen wir nachher gucken gleich ich will wissen was das ist das wiederbelebungs mobil ja aber es ist nur einer da damit das ist verletzt du idiot renne das hochteil flügel ja ich kriege wieder einen schuss verstehe einen schuss ich war doch voll ich war doch voll oder war ich nicht von dem her nicht ganz denke ich mal der hat sich ja ein paar mal getroffen